Ich habe täglich auf dieser Wagen gearbeitet und ich habe das gesagt, in Russland haben wir sehr viele gute Leute, aber sie brauchen auch viel Führung und Unterstützung. Wie ist die Beobachtung? Es ist nicht ein Beobachtung, sondern ein Beobachtung. Es ist eine Beobachtung. Es ist eine Beobachtung. Es ist eine Beobachtung. Eine Beobachtung, sehr gut ist. Es ist eine Beobachtung, eine Lügge-Waffe. Es gibt zwei Varianten. Es ist mit Rucke und Rucke. Es ist eine Beobachtung und Automatische Handwerker. Es ist sehr gut. Mir gefällt es. Es ist sehr gut, wenn die Fahrt durchgebracht wird. Wir sind schon in die Straße. Der Fahrt ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Es ist sehr gut, dass es gut funktioniert. Es ist sehr leicht. Acheinend mit Kalina ist es sport? Ich habe schon lange nicht Fahrt gefahren. Kalina ist eine gute Fahrt. Ich glaube, sie hat mir wirklich gefallen, wenn sie nicht fahren. Aber es ist ein bisschen größer. Ich glaube, es ist eine gute Maschine. Aber ich glaube, es ist ein bisschen anders. Wie ist es? Es ist ein Serpantin mit 30-50 Kilometer. Ich sage mal, dass wir etwas быстрее fahren. Es ist nicht so wichtig. Ich sage mal, aufgrund der krisis gibt es einige undere Konzerne. Es ist eine gute Möglichkeit, diese Konzerne? Конечно, es ist eine gute Möglichkeit. Es ist nicht in krisis. Es ist nicht in krisis. Es ist in krisis. Es ist in krisis. Es ist in krisis. Es ist eine absolute konkurrentenheit. Das, was unsere Produkte müssen. Es ist in krisis. Es ist nicht nur für die eigene eigene, sondern auch für die Aufmerksamkeit. Wir haben mit dem Herrn Anderlsen gesprochen. Sie haben bereits gesagt, dass sie in den Regionen, in den Ländern, die LAD, 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 die LAD. Es ist, dass sie gut und gut ist. Aber die LAD, die LAD, die LAD und die LAD, die LAD ist, ist gut. Ich bin jetzt überwichtig. Das ist, dass sie es aufgrund des Miembros standardes ist. Und wie es gesagt hat, die LAD, 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 die LAD ist, die LAD, die LAD. Das heißt, es ist ein sehr guter показатель. 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 Es ist ein sehr guter показатель. Das ist ein sehr guter показатель.